hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal heute hier zu einer neuen folge hier meines nostalgie projekts hier ja auf der alten stand ist jetzt momentan nichts los ja das wächst und gedeiht und die haben versprochen sie melden sich bei mir jetzt bin ich wieder hier auf der nova brutzka map steht ja alles noch da die leute haben nichts aufgeräumt schauen wir gleich mal hier nach was hier natürlich für mich hier für meinen lohnunternehmen hier gibt zu machen was haben wir hier um wir haben hier noch arbeit darf es ausschaut ich habe hier drei ernteaufträge wieso ist hier eigentlich weitergegangen ich verstehe das jetzt ja was haben wir hier fällt 27 haben hier mit soja bohren gehen dann schauen wir mal gleich hin was haben wir hier mal gerste und hier aber weizen also immer jetzt erst mal hier auf die 27 hin schauen wir mal umgeht 27 das ist da unten okay sasa was haben wir hier noch gehabt wir haben hier 44 und 11 was gibt es denn hier die elf ist hier in der nähe also wir fahren mal rauf hier zu feldnummer 11 ich sollte mal hier mal irgendwie blendschutz machen dass mir hier alles immer gleich so blenden tut ja das scheint auch schon mal hier gut reif zu sein wenn ich jetzt schon in die richtige richtung oder fahr jetzt die falsche richtung ich fand die falsche richtung okay ich weiß nicht wie das da so passieren kann 34 wäre auch ein cooler job hier da können wir auch gleich mal schauen ob wir die 34 kriegen schauen wir gleich hier mal im büro mal rein 34 was gibt es hier auch ganz gut aus wir sehen hier gibt es arbeit ohne ende ja alten steinen ja aber ich auch gerne weil es die feldern jetzt so groß und ja hier aber doch hier relativ viel 34 ist hier gar nicht ein angebot aber 35 bällen pressen ja also wir fahren jetzt mal rauf auf zu haus nummer 11 würde ich mal sagen muss man hier natürlich machen kann habe ich ja hier haben wir die elf nummer drin dann kann er mal zum elf hin fahren wer ist denn das jetzt da mal schauen wer das jetzt ist das ist aber nicht der haus nummer 11 gell hübchen hier ist aber nicht der elf hier ist es Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schauen wir gleich mal, wo er bleibt. Ah, da kommt er. Na ja, da muss ich hier auch gleich mal den Kurs eingeben. Hier ist Weltnummer 11 hier mal einstellen. Schauen wir auch gleich mal nach. Also 11 ist hier. Das müsste hier der hier sein. Schauen wir gleich mal nach. Ah, das ist hier oben der gleich. Oh, das ist ja ganz gut. Ja. So, schauen wir mal. So was. Ich finde das immer ganz toll. Also das Feld draschen wir selber schnell runter und dann schauen wir hier natürlich was als nächstes ansteht. Da haben wir ja noch die zwei anderen Aufträge. Da werden wir auch gleich noch nachschauen. Aber ich drasche jetzt mal die Runde rum. Das hier alles natürlich seine Ordnung hat. Hier müssen wir schon schauen. Und da haben wir nachher. Und da haben wir jetzt mal. Und das ist ja auch noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Wahnsinn! Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das verstehe ich so nicht, also meine ich hier meinen, die müssten hier den Baum auch gleich hier umsehen, wenn wir jetzt hier das sehen, das ist ja nicht normal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aber Unkraut haben die hier auch ziemlich drin, also hätten sie mich auch beauftragen können hier Das Feld hier zu spritzen, wenn man sich das hier anschaut Und da haben wir jetzt auch Unkraut drin, das macht sich ja auch bemerkbar Brauchen sie nachher nicht jammern hier, äh, Franz Haben die beauftragt hier zum Dreschen, hier, ja, da tragen sie aber nicht so, sag ich, ich muss ja sagen, ihr hättet mich hier ja beauftragen können hier also hier Unkraut zum Pferden So ist es aber Ich sag dann immer so, von nix kommt nix Oh, haben wir gleich hier die zweite Runde auch bald mal hinter uns Ja, und das heißt hier, ja, es ist jetzt Ende für die Folge, ich hoffe ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei Wenn es wieder heißt hier, Nostalgie, wir Lohnunternehmen Ballermann Hier natürlich LS19, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen Bis zum nächsten Mal, euer Franz, ciao, ciao